Mach es einfach, 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 ja mach es einfach, mach es einfach. Hallo, mein Name ist Ben Watara und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mach es einfach und Mach es einfach. Der Podcast ist back, ich bin back und wenn du das hier hörst, dann freut es mich, dass du dabei bist. Und als allererstes möchte ich mich entschuldigen dafür, dass es eine längere Pause in diesem Podcast gegeben hat. Ich habe fast jeden Tag Messages von Menschen bekommen, die mir gesagt haben, ey Ben, wann kommt eine neue Episode online? Und ich musste mich refreshen, ich musste mich renewen, was den Podcast angeht. Ich habe den ganzen Tag seit fast drei Jahren den Podcast gestartet und ja, ich brauchte so eine Art Reframing und ich bin fresh, ich bin back. Ich habe meine Energie in andere Bereiche reingesteckt, viel mehr in mein Coaching, mein Mentoring-Programm, da neue Tools entwickeln. Mich auch selbst weiterbilden, Inspiration suchen und ich habe mir auch überlegt, dem Podcast so ein bisschen mehr Frische zu geben, ein bisschen andere Styles zu experimentieren. Und zwar als allererstes möchte ich viel mehr Feedback, viel mehr dich als Zuhörer mit einbeziehen, mit einbinden hier in dem Podcast. Ich werde verschiedene Sachen austesten und ausprobieren, aber als allererstes habe ich einen Link, den du finden kannst in den Shownotes, wo du mir eine Frage stellen kannst. Du kannst draufklicken, dann kannst du eine Audio-Message aufnehmen und wäre super, wenn du dann deinen Namen sagst und sagst, Hi, mein Name ist Frank und ich habe eine Frage für den Podcast und dann mir deine Frage stellst und dann werde ich da Fragen rauspicken, ein bisschen wie in so einer Radioshow und werde sie dann hier beantworten im Podcast und dann praktische Beispiele bringen, praktische Situationen, auf die man diese ganzen Tools und Prinzipien anwenden kann. So ähnlich, wie ich das auch in meinen Livestreams mache oder meinen Coachings mache und ich denke, dass das ein bisschen mehr Frische reinbringt, weil manchmal sitze ich hier und denke mir so, okay, zu welchem Thema soll ich was aufnehmen? Natürlich kann ich zu 100.000 Themen etwas sagen, aber das ist einfach etwas, wo ich denke, das bringt ein bisschen mehr Dynamik rein, macht mir auch mehr Spaß und ich denke, das bringt dir auch mehr als Zuhörer. So, das ist die erste Sache. Das zweite ist, ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt die Podcast-Folge starte, möchte ich mit einem neuen Format starten und ich habe mir gedacht, ich nenne es, mach es einfach Storytime mit Ben Watara. Den Titel kann man noch in der Zukunft ändern, wenn ihr eine bessere Idee habt, schickt sie mir bitte, aber hey, mach es einfach und mach es einfach. Das erste, was mir eingefallen ist, ist Storytime mit Ben Watara. Was meine ich mit Storytime? Ich habe sehr viele Storys. Für diejenigen von euch, die das nicht wissen, ich habe mehrere Leben gelebt in diesem Leben, habe ich das Gefühl und ich habe öfter Situationen, wo ich mit meinen Coaching-Teilnehmern bin oder mit Leuten, die ich kenne, wenn es mehr Zeit gibt und es Raum gibt dafür, wo ich einfach Storys erzähle. Und in diesen Storys sind sehr viele Learnings, aber es ist ein bisschen anders, als wenn ich jetzt einfach sage, okay, Prinzip des Tages, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und ab und zu mal ein paar Beispiele bringe, sondern wirklich eine Story erzähle. Und in dieser Story werden so viele Sachen so oder so darin stecken und dann werde ich vielleicht am Ende nochmal so mein Learning oder mein Haupt-Learning aus dieser Story sharen. Und ja, ich habe gerade so ein Bild gesehen von einem Videodreh zu einem Film, wo ich eine Rolle bekommen hätte fast in einem Kinofilm und dachte, ich erzähle mal die Story, weil ich habe die Story als letztes mit Calvin Hollywood geshared. Das war, ja, letztes Jahr im Sommer waren wir auf einem Event im Berchtesgarten, das war ein Workshop und dann sind wir nach Berchtesgarten gefahren, das war so eine 5-stündige Autofahrt. Wir sind 5 Stunden hin, 5 Stunden zurück, also ich war 10 Stunden im Auto mit diesem Mann und es gab nicht 10 Minuten, wo wir beide leise waren. Aber nach dem 80-20-Prinzip können wir schon sagen, dass ich 80% der Zeit geredet habe, aber Calvin hat auch immer so diese Art, mir eine Frage zu stellen, die so spezifisch gestellt ist, dass ich dann einfach eine Stunde rede. Aber ich habe mir gedacht, Storytime mit Ben Watara und ich fange einfach mal an. Es ist das Jahr 2011 gewesen, ich glaube es war 2010 oder 2011 und ich bekomme ja auch so oft Fragen von Menschen, die mir sagen so, ja Ben, wie hast du rausgefunden, was du machen wolltest, wusstest du schon immer, was du machen willst und so weiter. Und ich habe schon oft gesagt, dass ich so viele Sachen in meinem Leben experimentiert habe und ausprobiert habe und versucht habe und das ist auch einer der wichtigsten Steps, viel auszuprobieren, nach draußen zu gehen. Keine Angst davor zu haben, dass Sachen vielleicht nichts bringen oder vielleicht nicht funktionieren und ich muss auch dazu sagen, ein paar Jahre davor war ich noch introvertierter, nicht so extrovertiert und ich habe mir diese Eigenschaft angeeignet, nicht perfektionistisch zu sein. Nicht zu viel nachzudenken in bestimmten Situationen, einfach Menschen ansprechen, einfach in Situationen reinzugehen, einfach Sachen erlauben. Weil das ist oft das Ding, Leute reden immer von Law of Attraction, aber dann kommen Situationen, dann kommen Menschen, dann kommen Opportunities in deinem Leben, aber wenn du sie nicht wahrnimmst, dann kann das Universum auch nichts dafür. Wenn es alles vor deiner Nase liegt, du musst Komplize sein, du musst mit teilhaben an dem ganzen Geschehen. Und ich denke mir immer, und wenn es nicht funktioniert, dann war es immer noch eine lustige Geschichte, die man dann irgendwann in einem Podcast erzählen kann, wie diese hier. Also, das war bevor ich nach Dubai gekommen bin und da ist auch, es sind so viele Storys, die davor passiert sind, die zu dem geführt haben, was hier ich jetzt erzählen werde. Aber da, wenn ich da jetzt reingehe, dann wird der Podcast fünf Stunden lang, deswegen werde ich das nicht machen. Jedenfalls, ich war, das ist die Zeit, wo ich Flugkurier war. Und da war ich sowieso schon in vielen Abenteuern. Ich glaube, allein nur über meine anderthalb Jahre als Flugkurier kann ich einen kompletten Podcast machen, über die Abenteuer, die da entstanden sind. Aber auch nur, weil ich mich immer auf Sachen eingelassen habe. Jedenfalls war ich im Cannes Film Festival eingeladen mit der Abu Dhabi Film Commission. Wir hatten einen Kurzfilm, der da im Kurzfilm-Corner vom Film Festival gezeigt wurde. Und da habe ich, ja, viele Leute getroffen, die ich auch kannte. Unter anderem die Los Banditos. Timo von den Los Banditos, das ist eine Produktionsfirma, ich glaube aus Berlin. Ich bin mir gar nicht sicher genau, wo der Hauptsitz der Firma war. Aber die haben halt sehr, sehr oft in Berlin gedreht. Und wir haben die da getroffen, unter anderem. Und auf diesem Festival sind auch so viele Sachen passiert. Das erzähle ich vielleicht mal in einer anderen Story. Aber, ja, wir waren da. Und dann haben die uns, also ich war da mit Dia und mit Mo. Und, also, die waren mit mir da am Cannes Film Festival, Freunde von mir. Und mein zukünftiger Partner dann in Dubai. Und dann haben die uns eingeladen zu einem Videodreh. Die meinten so, ja, ey, wir drehen so ein, das sollte ein Trailer sein für einen Film. Für einen Spielfilm. Aber, genau. Und die haben erstmal so Szenen gedreht, um das den Investoren zu zeigen und so weiter und so fort. Und haben halt das mit 3D, in 3D gefilmt. Und das war zu der Zeit eine sehr neue Technologie. Und das war ein Actionfilm, ein Kung-Fu-Film. Und meinten so, ey, wir drehen das. Wir sind in Berlin. Kommt doch vorbei, wenn ihr das sehen wollt, wenn dich das interessiert. Und mich hat das allein schon als Regisseur interessiert. Ich hab mir gedacht, ich hab mich immer, um das nochmal klarzustellen. Ich hab zu der Zeit, war ich in sehr vielen verschiedenen Welten. Ja, das heißt, auf der einen Seite hab ich mich mit allen möglichen Leuten getroffen. Aus der Rap-Szene, Musikindustrie. Hab mich mit vielen Leuten getroffen im Bereich Film und Videoproduktion. War aber offen für alles. Und deswegen da natürlich an einem Film-Festival trifft man dann viele Leute im Bereich Film und Schauspielerei und so weiter und so fort. Und ich war offen für alles. Das heißt, ich war auch offen für eine Rolle als Schauspieler. Und ich hab an dem Tag, ich bin da rumgelaufen und mir haben, ich glaub, sieben oder acht Leute angeboten, in einem Film mitzuspielen. Und ich hab so, oh, you look like The Rock. Damals war noch nicht The Rock noch nicht so bekannt wie jetzt. Aber trotzdem haben mich damals schon Leute mit The Rock verglichen. Und hab mir dann so Rollen angeboten. Und jedenfalls, okay, cool. Haben mit denen abgemacht. Ja, das ist dann und dann und dann. Und das war ein Tag nach der Echo-Verleihung. Und da war die Echo-Verleihung. Und da sind wir hingegangen. Und mein Tag-Team-Partner, Dia, ist derjenige von uns, der immer alles organisiert hat. Das heißt, er ist immer so der Netzwerker gewesen, der sich immer Orte, Daten, Namen von Menschen gemerkt hat und Fakten. Und ich war mehr so der Energy-Mensch. Das heißt, wenn wir Sachen zusammen gemacht haben, hat er sich immer um das Ganze Organisatorische gekümmert. Deswegen kann ich auch gar nicht sagen, in welcher Stadt diese Echo-Verleihung stattgefunden hat. Aber wenn man das googelt, kann man das ja rausfinden. Und wann das genau war. Aber ich glaube, das war im Jahr 2011. Und genau, dann waren wir erst bei der Echo-Verleihung, weil wir da natürlich Kontakte machen, knüpfen wollten mit Leuten. Sind da reingekommen. Also er hat irgendwie so eine Einladung klargemacht, dass wir da reinkommen. Aber dann habe ich dann jemanden gesehen, Papa Bear, vielleicht kennen den ein paar von euch. Ein Rapper aus den 90ern, der da auch sehr viel released hat zu der Zeit in Deutschland und Europa allgemein. Weltweit, glaube ich, hatte der einen Nummer 1-Hit. Aber der war in der VIP-Section und hat mich dann reingelassen. Meinte dann so, ey, komm, komm, komm hier und so. Und dann hat den Security Bescheid gesagt. Und dann sind wir dann in die VIP-Section gekommen und haben da mit vielen Leuten geredet. Und zu der damaligen Zeit habe ich noch viel Alkohol getrunken, wenn ich unterwegs war. Und in der VIP-Section gab es Getränke for free. Und ich habe ein bisschen über meinen Durst getrunken und war dann nicht mehr so netzwerkfähig, wie man das eigentlich sein sollte. Und genau, dann sind wir von da direkt nach Berlin weitergefahren. Und Dia ist, ich glaube, in seinem früheren Leben ein Lastwagenfahrer gewesen oder so. Weil, also wir haben so viele Trips gemacht, wo er ist immer gefahren. Und er ist einfach unermüdlich, was sowas angeht. Ich habe einfach geschlafen. Hatte ja, wie gesagt, musste ich erst mal erholen von dem Alkohol, den ich getrunken habe. Und wir sind dann angekommen an, ja, an dem Dreh in Berlin. Und ich war richtig am Arsch. Also ich war wirklich, ich hatte Kopfschmerzen und ich war, ich war, ich stand total neben mir. Und waren dann am Filmset angekommen. Das war so eine Riesenhalle, wie so eine Lagerhalle war das. Und, ja, die hatten das ganze Set aufgebaut mit Kamera, Licht, Schauspieler waren da, Fotografen. Die haben halt alles Mögliche gemacht. Und hatten so eine Area, wo die so trainiert haben. Weil das war ein Kung-Fu-Film, ja. Das ist so irgendwie ein 3D-Kung-Fu-Film. Der Hauptdarsteller war Matthias Landwehr. Der hatte damals so eine Serie auf RTL, glaube ich. Ein richtig cooler Typ. Und ich habe erst mal, die haben ja diese ganzen Matten, die man so im Turnunterricht, diese großen blauen Matten, die man so hat. Die hatten die da für die Stunts. Und da war so einer an der Wand gelehnt. Und ich habe diese Matte genommen, habe die runtergekippt und habe mich erst mal so da draufgelegt. Als Bett. Und habe da, glaube ich, zwei Stunden erst mal geschlafen. Um mich da zu erholen von der Nacht davor. Und das ist jetzt alles so dieses Intro, okay. Geduld, die Story wird noch interessant. Keine Sorge. Auf jeden Fall war ich da. Und habe dann so auf dem Weg Wasser getrunken. Wasser getrunken und dann ging es mir wieder okay. Und Dia war da irgendwie schon mit den Leuten am Quatschen und hat da irgendwie schon genetzwerkt. Und das ist übrigens auch immer so ein Ding, wenn man jetzt sagt, man ist zum Beispiel nicht der Extrovertierteste oder nicht derjenige, der am meisten netzwerkt und so weiter. Dass man sich einen Partner sucht. Am besten jemand, der auch gut da drin ist. Weil Dia ist so einer von den Leuten in meinem Leben, der am meisten vernetzt ist. Und ich habe super viel von ihm gelernt. Und das ist halt immer super, wenn man solche Leute in seinem Umfeld hat, weil das einfach auf einen überspringt. Und man einfach in Situationen reinkommt, in die man sonst nicht reinkommen würde. Und dann natürlich auch unterbewusst sehr viele Eigenschaften und Verhaltensmuster übernehmen kann. Und er war jedenfalls schon am Netzwerken und Connecten mit den Leuten. Und ich habe mir die Stuntleute angeguckt. Und dann haben die sich so vorbereitet für eine Szene. Und dann bin ich hingegangen und habe mir das angeguckt. Und ich habe damals, ich habe lange Kampfsport gemacht. Und ich habe mir das angeguckt. Und der Hauptdarsteller, der Matthias, war da. Und die haben dann irgendwie mit so einem Stock und einem Messer, haben die dann so eine Szene vorbereitet, so eine Choreografie. Habe ich so zugeguckt. Und dann haben die so eine Pause gehabt. Dann habe ich so gefragt einfach. Hey, kannst du mir mal so ein, zwei Moves zeigen? Meinte der, ja, hier, so und so. Und dann hat er mir mit dem Stock so ein paar Sachen gezeigt. Meinte der so, ja, wenn man hier den Angriff macht und die Verteidigung macht und so, ist nicht so leicht. Die meisten Leute brauchen ein bisschen Zeit dafür, hat er mir das gezeigt. Und ich habe das direkt nachgemacht. So eine, zwei, drei, vier Mal versucht. Und dann meinte der so, oh, das ist ein gutes Gefühl. Probier mal das. Probier mal das. Und das Ding ist, zu der Zeit, also ich war gut in Shape. Ich meine, ich war schon immer gut in Shape, aber zu der Zeit war ich schon gut gebaut. Und auch lean einigermaßen. Und das Ding ist, ich war zwei Kopfe größer als alle anderen, die da an dem Set waren. Und er als Hauptdarsteller hat sich dann gedacht so, so eine Kampfszene gegen den Riesen, sieht auf Kamera bestimmt cool aus. Weil das auf Kamera, man kann das noch so aussehen lassen, als wäre ich noch größer als ich bin. Und für ihn wirkt das natürlich noch krasser, wenn er mir in den Arsch tritt, als jemand, der genauso groß ist wie er. Und dann hat er gesagt, okay, guck mal, lass uns mal das und das versuchen. Lass uns mal ganz kurz eine kleine Choreografie einstudieren. Lass mal gucken. Und dann hat er gesagt, ey, du hast ein richtig gutes Gefühl so dafür. Ich kenne Leute, die sind Boxer oder Kampfkünstler, weil die halt immer gegen Gegner kämpfen und durchziehen, können sie nicht vor der Kamera akten. Und ich, man sagt ja oft so, Glück ist, wenn Gelegenheit noch Vorbereitung trifft. Und ich dachte nur so, ich habe in meinem Leben, weiß ich nicht, wie viele Stunden, seitdem ich zwölf Jahre alt bin, Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme Filme geguckt und diese Moves nachgemacht und meine kleine Schwester als Sparringpartner genutzt und immer so dieses, dass man schlägt, aber nicht wirklich durchschlägt und kurz vorher so stehen bleibt. Und das habe ich halt gemacht. Ich habe darauf zurückgegriffen und das hat geklappt. Der meinte so, ey, das ist perfekt, du hast sehr gute Reflexe und sehr gute Bewegung. Lass uns das mal vor der Kamera probieren. Da habe ich gesagt, okay. Und der Regisseur war erst dagegen, meinte so, ah, nein, komm, wir machen das nach Plan. Und er meinte, ey, lass uns das jetzt ausprobieren. Da haben wir gesagt, okay. Da haben wir eine Szene gedreht. Und ich wünschte, ich hätte diese Szenen. Ich wünschte, ey, ich musste mal anschreiben, ehrlich gesagt. Ich habe bis jetzt noch nie darüber nachgedacht. Aber die müssten ja eigentlich dieses Rohmaterial haben davon. Ich muss diesen Timo Mansprach haben. Weil wir haben eine Szene gedreht in Slow Motion, 3D, in dieser Location. Und ich hatte so, das sollte irgendwie so eine Gefängnis-Szene sein mit diesen orangen Anzügen. Und dann hat er mir so, der hat so Seile, so unsichtbare Seile, die ihn hochziehen. Und er macht irgendwie so eine zweifache Pirouette in der Luft und gibt mir dann so einen Tritt in mein Gesicht. Und ich spucke dann so Blut und falle dann zur Seite weg. Und der Regisseur hat sich das angeguckt und sagte so, oh. Und das ist wieder das Ding, wo ich mir gedacht habe, so, ja, okay, klar. Er hat sich gedacht, wow, der hat das voll schnell verstanden. Aber ich habe ja Erfahrung hinter der Kamera, vor der Kamera. Ich habe, wobei vor der Kamera nicht so viel Erfahrung, aber hinter der Kamera. Ich weiß, wie man filmt. Ich weiß, wie man schneidet. Ich weiß als Regisseur, wie ich wollen würde, dass der Schauspieler sich bewegt. Und dann habe ich auch noch Kampfkunsterfahrung. Deswegen, für mich war das super leicht. Ich habe das ein paar Mal mir angeguckt und gedacht, okay, perfekt, so musst du das machen. Und das war wieder so eine Sache, wo ich, ich hätte nie gedacht, dass ich das jetzt wirklich mache. Aber ich war vorbereitet dafür durch, ja, mein Hobby und die Sachen, die mir gefallen haben. Und der Regisseur war raus, dass ich, der meinte so, oh, super, super, super. Okay, 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 okay. Okay, lass uns eine zweite Szene drehen. Könnt ihr noch was Drittes machen? Und dann, ja, haben wir uns dann hingesetzt. Die haben natürlich andere Szenen gedreht und das ging weiter. Und dann habe ich noch mal ein, zwei weitere Moves probiert. Dia war dann auch in einer Szene drin. Ich glaube, da war eine Szene, wo wir zu zweit gegen ihn gekämpft haben. Weil Dia ist noch mal drei, vier Zentimeter größer als ich. Das heißt, wir waren so zwei Riesen gegen ihn. Und wow, also das war echt, ey, ich, also ich werde versuchen, diese Aufnahmen zu bekommen. Weil wir haben die nur da gesehen auf diesem Bildschirm. Und der Dia hat eine Szene, glaube ich, mit seinem Handy aufgenommen. Und die haben uns natürlich verboten zu filmen. Und ich glaube, der hat das dann gelöscht. Ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall haben wir die Aufzeichnung nicht gehabt. Und das war 2011. Und ich meine, sogar die Aufzeichnung auf dem Handy. Das war jetzt kein iPhone. HD, Full HD. Auf jeden Fall, ja, haben wir das dann gedreht. Und war ein richtig cooler Tag. Und dann haben wir auch connected mit denen und so weiter und so fort. Und das war cool. Und dann haben die uns eingeladen zur Berlinale. Wir waren auf der Berlinale. Ich glaube, 2011 war das, genau. Und der Film sollte in 2012 rauskommen. Und haben gesagt, ja, wir laden euch ein zu dem Film und so weiter und so fort. Und für mich war das so, okay, cool, wir gehen jetzt da hin, um zu connecten. Berlinale sind viele Leute, viele Celebrities, viele wichtige Leute aus der Industrie. Kann man immer connecten. Und für diejenigen von euch, die mein Motivationsvideo gesehen haben, was uns in 2012 rausgekommen ist, da gibt es Ausschnitte von diesem Event auf der Berlinale. Da ist so ein roter Teppich. Ich gebe so ein Interview. Und ich komme so rein. Und ich muss das Behind-the-Scenes davon erklären. Weil ich habe zu der Zeit schon angefangen gehabt, viele Sachen zu dokumentieren. Egal, wo wir hingegangen sind, habe ich gesagt so, ich habe meinen Cousin da gehabt, der Giacomo, der war da. Und ich habe einfach gesagt, hier, nimm die Kamera und film ein bisschen mal. Film mal hier, film mal da. Man weiß nie, wofür man das irgendwie gebrauchen könnte. Und später habe ich das eingebaut in diesem Video. Aber ich habe es einfach so intuitiv gesagt, man weiß nie, was passiert, film einfach mal. Und wir sind angekommen. Und ich dachte, okay, wir sind eingeladen zu dieser Party von diesem Film. Aber der Film existiert erstens noch gar nicht. Die haben gesagt, die müssen so ein paar Szenen drehen, um das so Investoren zu zeigen für den Film. Dass die dann genug Budget bekommen, um diesen Film drehen zu können. Weil so ein Film kostet ja sehr viel Geld. Und wir waren halt wirklich nur da, um zu netzwerken. Und dann kommen wir an, dann ist ein roter Teppich, das war die Berlinale, da war so ein Gebäude, wo wir uns treffen sollten. Da war so ein kompletter Raum, den die gemietet hatten für diese Party. Nur für diesen Film. Und dann ist so ein roter Teppich. Und auf einmal kommen so Leute zu mir, so Journalisten, und fangen mir an, Fragen zu stellen. Hi, hallo, Sie sind ja auch in dem Film. Ja, können Sie uns mal sagen, welche Rolle spielen Sie? Wie haben Sie sich für den Film vorbereitet? Und immer im Kopf denke ich mir, die verwechseln mich mit irgendjemandem. Die denken, ich bin irgendjemand, keine Ahnung, nur weil ich aus diesem roten Teppich vielleicht laufe und anders. Keine Ahnung warum, aber irgendwie habe ich gedacht, ey, die verwechseln mich gerade mit jemandem. Aber scheiß drauf, mein Cousin ist da, der filmt das Ganze. Das sieht jetzt so aus, als ob ich auf dem roten Teppich ein Interview gebe. Er filmt es einfach. Und ich habe einfach, ich habe nicht gesagt so, tut mir leid, Sie haben den Falschen. Ich habe einfach angefangen, irgendwas zu erzählen. Ich so, ja, natürlich muss man sich auch mental, sowie körperlich auf so eine Rolle vorbereiten. Und ich habe angefangen, irgendetwas zu freestylen. Ich habe einfach angefangen, irgendetwas zu erzählen. Und der Diasch stand neben mir. Und es gibt Fotos und Videos davon. Die sind halt, wie gesagt, in diesem einen Video. Und dann kommt eine zweite Person, eine dritte Person. Und ich stelle mir einfach weitere Fragen. Und ich denke mir irgendwann so, krass, so warum? So, okay, cool. Natürlich, wenn man bei der ersten Person beantwortet hat, und dann kommen natürlich alle anderen und sich denken, oh, vielleicht ist der wichtig. Keine Ahnung. Wir wollen es nicht verpassen. Sondern ich komme rein in diesen Raum und auf einmal sehe ich, also du musst dir das so vorstellen, du kommst dir in den Raum rein, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da sind. Ich würde so schätzen, wenn ich mir so Seminarräume so vorstelle, da sind so über tausend Leute in diesem Raum drin. Mehr als tausend Leute, weil die stehen ja alle. Auf jeden Fall ist so eine Bühne und auf der Bühne ist ein DJ und es gibt drei Riesenposter. Wenn ich sage Riesenposter, die sind so, also die hängen von der Decke runter, vielleicht sechs, sieben, acht Meter hoch und drei, vier Meter breit. Und auf diesen Postern ist links der Hauptdarsteller vom Film, rechts die Hauptdarstellerin vom Film und in der Mitte ein Foto von mir. Ey, ich komme da rein und denke mir, hä, ein Riesenposter. Das ist riesig gewesen. Das Ding ist, wir haben, als wir diese Videoszenen gedreht haben und so weiter, da hatten die auch einen Fotografen da und dann haben die halt Fotos gemacht von jedem einzelnen Kämpfer, verschiedene Positionen, dann von der ganzen Gruppe und so weiter und so fort und die haben halt Fotos geshootet für Cover vom Film und so weiter und so fort. Und da war so ein Bild, wo ich so flexe, ich habe so einen Unterhänden und ich habe überall Verletzungen, weil wir waren ja in der Maske und die haben mir so Wunden überall so aufgeschürbt und Blut am Mund und so weiter. Und dann haben die dieses Bild auf diesem Poster gegangen. Und es sieht aus, wenn man es nicht besser wüsste, würde man denken, ich bin der Hauptdarsteller von diesem Film. Ich war da, ich dachte, oh shit, deswegen haben die mich da draußen interviewt. So und auf einmal, und dann kamen Timo, die Jungs von den Los Banditos, kamen so an, so ey, Überraschung und so weiter. Und die haben natürlich mir das nicht gesagt, der Dia wusste das auch nicht. Und die sagten, wir haben uns gedacht, dass dich das freuen wird. Und ich sah halt am imposantesten von allen anderen Schauspielern aus. Und die haben halt mein Bild dahin getan. Und ich hatte natürlich an dem Tag eine Kamera dabei, habe das Ganze gefilmt, habe Fotos gemacht und so weiter und so fort. Dann war ich so draußen, ich habe so Autogramme gegeben. Und ich dachte in meinem Kopf, ey, wer weiß, vielleicht geht es jetzt los mit der Filmkarriere. Weißt du, warum nicht? Wenn ich jetzt eine Rolle bekomme in einem Film, dann spiele ich diese Rolle. Ist mir doch egal. Ich lasse mich darauf ein. Wer weiß, was als nächstes passiert. Und das war echt crazy. Und ich habe ein paar Jungs da auch getroffen, so aus der Musikindustrie. Afrop war da, Megalo war da. Und war halt schon ein bisschen so surreal, weil die sehen auf einmal, keiner wusste was davon, noch nicht mal ich. Und die sagen, auf einmal bist du ein Schauspieler. Und ich so, ja, anscheinend. Das war so lustig. Und aus dem Film ist leider nichts geworden. Ich glaube, das hat einfach nicht geklappt mit der Finanzierung des Films. Und danach ist nichts passiert aus diesem Film. Der ist nie rausgekommen. Und ja, ich habe mich trotzdem, und das war das Interessante, ich habe mich trotzdem vorbereitet, weil ich dachte, hey, wenn die jetzt ankommen und sagen, wir wollen den Film drehen, dann muss ich richtig in Shape sein. Damals habe ich Jeet Kune Do gemacht bei Sifu Reza Shuraki in Aachen, also eine Kampfkunstschule. Und ich bin direkt zu ihm gegangen. Ich habe gesagt, hey, Reza, ich brauche Tipps. Ich brauche irgendwelche Moves, die cool auf Kamera aussehen. Ich muss wieder in Shape werden. Ich muss auf meiner Schnelligkeit arbeiten. Und dann bin ich auf ein Training gegangen, habe das gefilmt, habe mich vorbereitet für diese Rolle. Und wenn diese Rolle nicht passt, egal, dann komme ich trotzdem ins beste Shape, wo ich jemals war. Und ich habe ja trotzdem meine anderen Sachen nebenbei auch weitergemacht. So, und das war dieses Ding, dieses, if you stay ready, you don't gotta get ready. So, und das heißt, wenn du bereit bist, musst du dich nicht vorbereiten. Und ich hatte immer so, okay, da ist deine Gelegenheit, rein. Warum nicht? Und das war zu einer Zeit, wo ich noch nicht ein klares One Thing hatte, wo ich mich vielen Sachen ausgesetzt habe, viele Sachen einfach experimentiert habe. Und zu der Story kommt noch so ein zweiter, so ein Mini Part Two, weil das ist so, ich muss es mit einbauen, weil es einfach übertrieben lustig ist und auch sehr interessant. Und es gibt sehr viele Prinzipien, die hier drin stecken, auf die ich am Ende nochmal eingehen werde. Aber jedenfalls, ich habe dann, und zu der Zeit war das mit Social Media nicht so crazy, wie es jetzt ist, ja. Das war, bevor ich dieses Video auf YouTube hochgeladen habe, was so viel Aufmerksamkeit gekriegt hat und so weiter und so fort. Ich hatte auf meinem Facebook, ganz normale Facebook-Seite, 2011, wie gesagt, vor genau zehn Jahren. Und ich habe dann diese Bilder von, ich habe diese Bilder von diesem, ja, von diesem Event da auf, der Berlinale, habe ich hochgeladen auf Facebook, haben natürlich Leute getaggt und so weiter und so fort. Und dann habe ich aber auch dieses Training, was ich gemacht habe, habe ich auch Fotos und Videos von gemacht, die ich geshared habe, die ich auf mein Facebook hochgeladen habe. Und plötzlich haben das viele Leute gesehen. Und was nämlich passiert ist, an dem Tag, wo ich, beziehungsweise an den Tagen, wo ich in Cannes war, wo ich halt auch die Jungs von Berlin getroffen habe, habe ich unter anderem auch einen, ich habe viele Leute kennengelernt, aber einer von denen aus Kasachstan, so eine Regisseurin, die halt da war mit der kasachstanischen Delegation und ihren Assistenten. Und die haben wir auf so einer Party kennengelernt, so eine Filmparty in so einem Pavillon. Und sie war eine von denen, die meinte so, ich würde dich gerne in einen Film auch reintun. Und ich so, ja super, lass uns die Nummern tauschen. Ich war voll in dem Schauspielermodus. Ist mir egal, wenn es eine Gelegenheit gibt. Und das ist das, was ich meinte mit, ich war halt an so einem Punkt, ich war Flugkurier, ich bin um die Welt gereist, ich habe Videos produziert, links und rechts, aber habe das auch nicht so 100%ig als One Thing gemacht. und war halt auf, ey, so, wie cool wäre das, einfach in Kasachstan in so einer Hauptrolle in so einem Film zu haben. So, also, warum nicht, ne? Und, und hatte diese ganzen Leute natürlich auf Facebook geaddet. So, und dann habe ich die ganzen Sachen geshared auf Facebook. Hab mich auch vorbereitet, hab mich auf, war auf Diät, weil dieser Mattis Landwehr, als wir bei diesem Videodreh waren, der hatte ein 8-Pack, okay? Der hatte ein 8-Pack und bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nie einen richtigen 6-Pack. Ich war schon immer gut durchtrainiert und stark, aber ich hatte immer nur die oberen zwei bis vier Bauchmuskeln und da drunter nicht und ich hab's nie wirklich, ja, keine Ahnung, ich hatte nie wirklich so, mich so diszipliniert, so, und da war dieser Punkt, wo ich gesagt habe, nee, wenn ich eine Rolle kriege in einem Film, dann werde ich mich richtig vorbereiten und ich hab, ich war schon richtig gut in shape, ich hab innerhalb von sechs bis acht Wochen hatte ich, war ich lean, so, und hab natürlich dann angefangen, vieles davon zu posten und zu sharen, weil ich selbst in meinem Kopf ja in dieser Welt schon drin war, ich hab mich schon gesehen in diesem Film und ah, da hab ich das alles geshared und dann haben natürlich andere Leute das auch gesehen und auf einmal erweitert man ja dieses, ja, diese Law of Attraction, das, was überhaupt auf einen zukommen kann. Dann kontaktiert mich dieser Mann aus Kasachstan, Jörgim heißt er, Jörgim kontaktiert mich und sagt mir und das ist, das mit den ganzen Daten und so weiß ich nicht mehr genau, aber ich würde sagen, das ist so vier, fünf Monate nach dieser Berlin-Geschichte. Kontaktiert mich und sagt mir, guck mal, ich hab gesehen, dass du in so einem Kung-Fu-Film mitmachst dass du da so ein Darsteller bist und ich hab auch gesehen, dass du Musik machst und du rappst und ich hatte ja so Videos hochgeladen, wie ich am Rappen bin und und dann meinte der so, guck mal, ich hab jetzt hier jemanden, so ein Businessman, eröffnet einen Club in Almaty, in Kasachstan und das nennt sich der Fight Club und das ist ein, so ein, ja, so ein High-End-Club und das Konzept ist einfach, dass, das geht so auf zwei Etagen, so ein Club, wo du reinkommst und das ist einfach eine ganz normale Party und das ist ein richtig nicer Club gewesen so und so eine normale Party und dann, mitten auf der Tanzfläche wird dann so ein Ring aufgebaut, also die haben so ein Team, die bauen innerhalb von zehn Minuten einen Ring auf und dann ist ein Kampf mitten im Club und dann bauen die den Ring wieder ab und dann spielt der DJ die Musik weiter und dann geht die Party einfach weiter und er möchte gerne, dass du da als, also bei der Eröffnung von diesem Club als Guest of Honor da bist. Ich so, ich verstehe nicht ganz, aber wir haben telefoniert, ich so, aber warum, warum, was soll ich, was soll ich da machen? Der meinte, ja, du bist cool und dass Leute dich einfach sehen und du rappst dann einfach irgendwas? Ich so, ja, aber ich rapp auf Deutsch. Hat er gesagt, ist egal, die verstehen auch kein Englisch, du kannst egal, welche Sprache rappen, Hauptsache du bist da, deine Energie, das wird cool, ich hab dem die Bilder gezeigt, er hat gesagt, ich will den unbedingt da haben. Was glaubt ihr, was ich gemacht habe? Mach es einfach und mach es einfach, natürlich, weil ich, ich habe dem gesagt, okay, Moment mal ganz kurz, ich werde mal kurz das mit meinen Partnern besprechen. Ich hab ein Dia, als mein, ja, Backup-MC, ich hab gesagt, ja, ich geh nie alleine auf die Bühne, ich hab so meinen Partner, mit dem ich zusammen auf der Bühne bin und natürlich meinen Manager und hab mich halt Mo, mit dem ich dann halt die Firma in Dubai gegründet habe später, den hatte ich kennengelernt, als Flugkurier, wo ich in Dubai war und da ist auch noch eine andere Story, aber wir waren halt zusammen im Cannes Film Festival und ich hab gesagt, okay, wenn wir irgendwo hingehen, lass uns zusammen gehen. und dann haben wir eine Einladung nach Kasachstan bekommen, um diesen Club zu eröffnen, Hotel, Flugticket, alles inklusive, haben uns bezahlt und ey, ich dachte nur so, in was für einem Film bin ich gerade? Weil auf einmal bin ich in Kasachstan und das ist eigentlich auch wieder eine Story für eine andere Episode, aber wir waren halt dort und in Kasachstan hab ich wieder andere Leute kennengelernt und wir haben da auch wieder genetzt, werkt und am Ende der Story war ich, ich glaube, ich bin der erste Deutschrapper, der in Kasachstan ein Konzert gehabt hat. Ich hab gerappt, die Energie war cool, irgendwann hab ich gesagt, when I say Kazakh, you say Stan, Kazakh und dann hat der ganze Raum Stan gesagt, Kazakh, Stan und das war, das war legendär. Ich hab, ich hab, ja, durch dieses Ja sagen zu bestimmten Situationen so viel erlebt, es sind so viele Situationen entstanden und man kann jetzt sagen, ja toll Ben, du hast bei diesem Film jetzt mitgemacht, du warst in Kasachstan, hast da einmal, bist du aufgerechnet, betrügungsweise, ich war danach dreimal in Kasachstan, sind danach wiedergegangen, das hatte noch so ein Nachspiel, die Leute, die wir da kennengelernt haben und so weiter und so fort und es gab Möglichkeiten, aber es ist nichts jetzt Direktes entstanden dadurch, kann man sagen, nicht direkt, aber indirekt. Einmal, das, was ich da gemacht habe, hab ich nicht nur da gemacht, ich hab das immer gemacht, mit allem gemacht, zu dem Zeitpunkt, jetzt zum Beispiel, würde ich so etwas nicht tun, weil ich ja on purpose bin und es bestimmte Sachen gibt, die will mich einfach ablenken, wenn ich alle drei Tage oder alle zwei, drei Monate mit jeder Situation, die dann kommt, mich auf alles einlasse und da auf solchen Abenteuer gehe, ja dann, aber das ist ja dieses Scouting, dass du einfach so guckst, in welche Richtung, was gibt es da draußen und wenn du dich nach draußen nicht zeigst, dann können dich Leute nicht finden. Wir waren in Cannes, Leute haben uns gesagt, komm zum Shooting, wir sind zum Shooting gegangen, ich bin auf die Leute zugegangen, hab gesagt, ey hier, zeig mir das mal, ey hier, lass uns das mal ausprobieren, ah, okay, komm, mach das mal vor der Kamera, ey, das passt, okay, super, und das ist so dieses von einem Ding zum nächsten, dann Fotos von gemacht, das aufgenommen, das rausgehauen, das hochgeladen, Leute haben es gesehen, dann kommt die nächste Gelegenheit, ich hab mich vorbereitet, hab angefangen zu trainieren, das sind alles Sachen, die ich eh schon immer wollte, die mir Spaß gemacht haben, die ich aber auch später, das ganze Footage, was da entstanden ist, hab ich aber auch dann später in dieses Video reingetan, wo ich einem dieses Porträt über mich selbst gemacht habe, was dann Millionen von Menschen gesehen haben, was dann eventuell dazu geführt hat, dass ich jetzt diesen Podcast gemacht habe und zu dem gefunden habe, was ich jetzt wirklich mache. Aber das ist alles eins, diese Energie, mit der du eine Sache machst, so machst du alles und das ist wirklich so, das, was ich irgendwann angefangen habe, für mich zu entwickeln, wo ich gesagt habe, so ey, das ist voll cool und das Einzige, was mir da im Weg stehen könnte, wäre dieser Gedanke, ja, aber das bringt doch nichts oder ja, komm, ich will die jetzt nicht stören, so, ich wäre niemals in der Lage gewesen, 10% von dem zu tun, was ich da getan habe in dieser Story, hätte ich mein altes Mindset gehabt. Dieses introvertierte Mindset, dieses, ja, ich will jetzt niemanden so auf die Füße treten, komm, das ist jetzt ein professionelles Set, ich will jetzt nicht da die Leute stören, ich rede gleich mit denen, wenn Pause ist oder ja, ich kann doch jetzt nicht hier auf dem roten Teppich, was soll ich denn da erzählen, ja, warum soll ich denn jetzt hier anfangen, irgendwie mich vorzubereiten für irgendwas, was wahrscheinlich eh nicht passiert und diese ganzen Gedanken kreieren Emotionen, die dafür sorgen, dass du keinen Enthusiasmus hast und dann handelst du auch nicht, du machst es dann nicht und dann entsteht nichts, weil, ey, ich habe hunderte von solchen Storys, wirklich, ohne zu übertreiben, es gibt Storys teilweise, die ich manchmal Leuten gar nicht erzähle, weil ich mir denke, die glauben, ich erfinde das, weil die teilweise crazy sind und ich weiß aber, dass diese Storys gar nicht so crazy sind, weil ich kenne Leute, hier in Dubai habe ich Menschen kennengelernt, die haben mir Storys erzählt, wo ich dachte, ey, das ist unglaublich, wie kann ein Mensch so ein Leben leben, aber die haben teilweise, also es gibt verrückte Storys, es gibt verrückte Menschen, es gibt verrückte Lebensstorys, wirklich, dass manchmal, manchmal guckst du Filme und du denkst, boah, der Regisseur ist echt kreativ, aber es gibt Menschen, die leben ein Leben, wo, wenn man das so verfilmen würde, würde man denken, ja, der Regisseur hat übertrieben. In diesem Leben weißt du nicht, was passieren kann, wenn du dich auf Sachen einlässt und das ist halt dieses Ding, dieses Offensein für Abenteuer, mach es einfach und mach es einfach und zulassen, dass etwas passiert und nicht diese Energie im Weg stehen und das ist das Ding, was das gemacht hat in mir, es hat mich so offen gemacht dafür zu sehen, wie viele Optionen es gibt, wie viele Möglichkeiten es da draußen gibt, von denen ich gar keine Ahnung habe. Ich rede mit einer Person und ich weiß gar nicht, wer diese Person sein könnte. Ich weiß gar nicht, was für Gelegenheiten in der Zukunft kommen könnten und deswegen ist es so wichtig, das, was man liebt, das, was man tut, das, worin man gut ist, nach draußen zu tragen, einfach frei nach draußen zu tragen, zu sharen einfach, weil dann sehen es andere, dann kriegen es andere Leute mit, wenn du Interesse hast, wenn du ein Gedanke in deinem Kopf hast, sprech ihn aus, trag es nach draußen, dann sieht jemand, oh, ja, ich dachte, du sitzt nur hier, aber wenn du Interesse hast, ja klar, hier, ich habe mir die ganze Zeit schon gefragt, ob der vielleicht Lust hat, hier in einer Szene mitzuspielen, ob du vielleicht, so dann, und, und, das ist eine Energie, es ist eine Energie, die dann entsteht und das ist halt wirklich das Ding so, umgeben auch sein von Menschen, die diese ähnliche Energie haben, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, Dia und Mo, die waren direkt dabei, ey, alles klar, ey, cool, ey, ich denke, wir können das machen, ey, wir können das machen, ey, ich habe die Person kennengelernt und du bist dann mit zwei, drei Leuten unterwegs, die das verzehnfachen, was du machst, weil die nicht nur da sitzen, sondern, während ich da zum Beispiel oben performt habe, hat Mo in der Ecke mit der Person connected, hat irgendwie fünf Telefonnummern genommen, Dia war in der Ecke, hat mit vier Leuten geredet und sagt mir dann später, ey, ich habe den Ding kennengelernt, der macht das und das, das und das und das, ich habe morgen ein Meeting, da haben wir ein Radiointerview gemacht, irgendwo, so Sachen, die einfach entstanden sind und das ist so dieses Ding, diese, diese Synergie, die einfach entsteht und ich sage so, ey, das ist etwas, so das will ich multiplizieren, und ja, es gibt, es gibt, es gibt noch so viele Storys, die ich erzählen kann, die aber auch genau damit zu tun haben, weil je öfter so etwas passiert, desto mehr glaubst du daran, dass Unerwartetes passieren kann, wenn du dich einfach darauf einlässt und desto mehr lässt du dich auf Sachen ein, desto weniger denkst du zurückhaltend und klein und was weiß ich, wenn die Person das sagt und das sagt, so manche Leute sagen, wie konntest du einfach mit 1000 Euro nach Dubai kommen, ohne jemanden zu kennen, hier einfach etwas Neues starten, aber ich habe, bevor ich nach Dubai gekommen bin, schon so viele Abenteuer erlebt, so viele Situationen gehabt, wo ich einfach reingegangen bin, ohne mir irgendwas dabei zu denken und dann sind Sachen entstanden, durch meine Energie, weil ich an einem Ort bin, ich lächle Menschen an, ich gehe auf sie zu, ich bin vorbereitet, ich halte nichts zurück, wenn ich irgendwo was helfen kann, wenn ich eine Idee habe, wenn ich irgendwo bringe ich das ein und ich merke auf einmal, gehen Türen auf und Leute sagen, hey cool, was machst du morgen, hier lass uns so, und hey, das ist einfach eine Energie und diese Energie ist irgendwann deine Identität und das ist die Art, wie du denkst und wie du die Welt siehst und deswegen geht es nicht darum, dass man sagt, ich bin nach Dubai gekommen mit 1000 Euro, das ist so dieses Unsichtbare, was man mit sich trägt, das ist das, ich hätte das nicht fünf Jahre vorher machen können, ich hätte das nicht fünf Jahre vorher machen können, weil die Art und Weise, wie ich die Welt gesehen habe, wie ich gedacht habe, hätte mir nicht erlaubt, hier an diesem Ort so schnell mich zu bewegen und so schnell Sachen zu flippen und auf Menschen zuzugehen und Sachen loszulassen, das Nächste zu versuchen und so weiter und so fort und deswegen share ich diese Stories, weil ich habe super viele Tools, die ich hier share in diesem Podcast, super viele Prinzipien, die ich share in diesem Podcast, aber das Ding ist, das Wichtigste von allem ist, wie man sie implementiert, wie man sie für sich nutzt und ich weiß zu 100 Prozent, dass ich es vorher nicht so hätte machen können, weil ich genau weiß, wie ich war, ich kann mich daran erinnern, wie ich in meinem Kopf war, wie pessimistisch ich war, wie wenig Selbstwertgefühle ich hatte, wie verurteilend ich über mich selbst war, das war das Problem, ich habe mich selbst bewertet. Ich habe gedacht, ich bin nicht interessant. Ich habe gedacht, ich bin nicht wichtig. Ich habe gedacht, andere Leute würden sich sowieso nicht für mich interessieren. Ich muss erst schlauer werden, besser werden, witziger werden, stärker werden, reicher werden, was auch immer werden, damit ich angenommen werde von anderen und deswegen habe ich andere abgelehnt, deswegen habe ich Situationen abgelehnt. Da war die und die so, ah nee, weißt du was, ach nee, das ist auch eh eine Zeitverschwendung oder ich bin noch nicht ready dafür oder das ist eine Person, mit der ich eigentlich gerne reden würde, aber ach komm, ich will die ja nicht stören, ich will die, ich war in so vielen Situationen in der Vergangenheit, wo vor meiner Nase Gelegenheiten waren, Situationen waren. Das Universum ist jeden Tag, legt es Sachen vor dich. Aber du, das ist so wie jemand, der verhungert und du hast einfach einen Teller voller Essen vor dir und du denkst dir, ah ja, das gehört wahrscheinlich jemand oder, ah das ist doch nicht für mich, oder, warum, ah nee, komm, ich gehe einfach weiter und verhungerst weiter. So ungefähr ist das. Und dann sagst du, ja irgendwie, das Universum, ich habe, das ist, es erinnert mich gerade so, spontan an so einen Joke, ich erzähle eigentlich nie Witze, weil ich höre oft Witze, wenn andere sie erzählen, finde ich sie witzig und dann kann ich mich nicht mal dran erinnern, aber das ist ein sehr simpler Witz, da wir jetzt gerade sehr, sehr gut passt. Und zwar, es ist irgendwie so ein Mann, der irgendwie rausfährt mit seinem Boot und dann versinkt das Boot und er ist im Wasser und, und dann, er glaubt an Gott und dann sagt er, Gott wird mich, Gott will mich helfen, wird mich hier rausholen, Gott wird mir helfen. Und dann fährt ein Boot vorbei und fragt ihn so, hey, brauchst du Hilfe? Und dann sagt er, nee, danke. Gott wird mir schon helfen. Und die sagen, okay, und fahren weiter. Und dann kommt ein zweites Boot und sagt, hey, brauchst du Unterstützung? Ah, nee, 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 Gott wird mir helfen. Und er sagt, okay, alles klar. Und das passiert noch drei, vier Mal, bis er natürlich keine Kraft mehr hat und ertrinkt und dann kommt er im Himmel an und sagt, hey Gott, was ist los? Ich dachte so, du bist auf meiner Seite und hilfst mir. Er so, ey, machst du Witze? Ich hab dir fünf Boote vorbeigeschickt und du hast sie nicht, du hast es nicht erkannt. Sondern das Ding, du musst die Form erkennen und musst auch darauf zugehen und dich darauf einlassen. So, das ist so ein bisschen so die Lektion, das Prinzip, sich auf Situationen einlassen, auch wenn nicht direkt etwas aus der Situation resultiert und du Angst hast, du könntest Zeit und Energie verlieren. Kommt wirklich darauf an, wo du jetzt gerade stehst. Natürlich macht das in bestimmten Phasen mehr Sinn als in anderen. Aber man muss ja auch nicht jedes Mal in ein Abenteuer sich einlassen, was mehrere Monate geht. Manchmal, das sind wirklich Sachen vor einem Tag, einem Wochenende und vor allen Dingen, wenn du jetzt gerade nicht so viele Optionen hast, kreierst du neue Optionen, indem du dich auf Sachen einlässt. Dieses Umfeld kreieren von Menschen, die auch dieses Mindset haben, die rausgehen, die so sind, wie du sein willst. Ich sag jetzt nicht, dass das für jeden etwas ist. Das ist jetzt wirklich so eine Podcast-Folge für Leute, die mir halt immer so Fragen stellen und sagen, Ben, du sagst immer, du warst introvertiert und du warst schüchtern und jetzt bist du ganz anders und so weiter und so fort und wie konntest du das so transformieren? Denn das ist nicht über Nacht passiert, dass sich so viel von solchen Situationen passiert und es gab Situationen in der Vergangenheit, wo ich andere Leute gesehen habe, die einfach immer wieder in solchen Situationen waren. Ich dachte, ey, diese Person hat voll Glück, der ist da und da gewesen, dann war der auf der Party, dann hat er die Person kennengelernt, auf einmal hat er so ein Fotoshooting für diese Klamottenmarke bekommen und der war hier, dann hat er den und den kennengelernt und dann ist das passiert, das ist passiert, passieren, Sachen passieren nicht einfach so. Du kreierst sie, jedes Mal und jedes Mal, wenn etwas nicht passiert, ist es oft, weil du es stoppst. Situation ist da, aber du sprichst deine Person nicht an. Du wirst eingeladen, du gehst nicht hin. Du wirst nicht eingeladen, du fragst nicht, ob du kommen kannst oder etwas passiert, wo du denkst, ah, das klingt zu gut, um wahr zu sein oder ah, was bringt das überhaupt? Das sind die Gedanken, die an einem Weg stehen. Das war die heutige Episode, Storytime mit Ben Watara. Schreibt mir sehr gerne euer Feedback zu dieser Episode und wie gesagt, ich habe den Link in den Shownotes, da kannst du draufklicken und mir eine Frage stellen für eine neue Episode. Keine Ahnung, wie oft ich diese Storytime machen werde, aber ich werde ab und zu mal ein paar Geschichten erzählen und weniger so Fakt-lastig und Strategy-lastig den Podcast füllen. Fragen beantworten, ich werde vielleicht mal so einen Livestream machen, wo ich jemanden live dazuschalte und die Audio-Version davon nehme, aber ich denke, die Qualität ist dann nicht immer so die beste, wenn man jetzt irgendwie so einen Instagram-Livestream macht, deswegen so, ich will schon so eine gute Audio-Qualität haben, deswegen denke ich, dass die Audio-Recordings da am besten sind. Jedenfalls war es das heute von mir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Es kommen ab jetzt regelmäßig neue Episoden von mir hier in diesem Podcast. Mach es einfach und mach es einfach. Lass mir sehr gerne ein Review auf iTunes, ein Feedback, share es, teile es mit Menschen. Ja, wenn du denkst, dass der Podcast es wert ist, geteilt zu sein, ich freue mich für jede einzelne Person, die diese Episoden hört und mir Feedback gibt. Ich wünsche dir alles Gute. Mach genauso weiter, wie du bis jetzt gemacht hast in diesem Jahr. Mach weiter. Vergiss nicht, Wissen ist nicht Macht. Nur Machen ist Macht. Also mach es einfach und mach es einfach. Acha. 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 Bis zum nächsten Mal.